hallo und herzlich willkommen zurück zu 3 paying 2 wir zocken das jetzt auch mal an und das soll ja echt blutig werden also für zuschauer unter 18 jahren leider nicht geeignet tut mir leid und ja das ist so ein 4 ab klatsch und sehr brutales ego shooter spiel also nicht so starke nerven machen wir auf normal okay das sieht ja schon mal richtig fett aus jetzt bin ich mal gespannt ich weiß gar nicht wie irgendwas geht schießen weiß ich aber okay das ist aber ein langer flur 3 paying studios and team 17 present ein mann in einem rollstuhl ja 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 das scheint so nah hat super soldat zu sein mit gehirnwäsche Oh, jetzt geht's los. So, um. Jetzt geht's los, oder? Wann da irgendwas mitnehmen? Nein. Ich muss die Fesseln loskriegen, Leute. Aber die Tür kann ich schließen, okay. Das ist schon mal gut. Mit gefesselnden Händen. Das ist ein Geräusch. Ich nehme mal einer, die Fesseln ab. Oh. Das schaut nicht gut an. So, ähm. Ist da irgendwo eine Beißzange hier? Okay, jetzt hab ich gerade Muffe gekriegt. Irgendjemand will mich. Kannst schon hin. Nein, kann man nicht. Ich bin nicht hier. Nee, 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 nee. Der Punkt erscheint in der Mitte des Bischofs lange und du im Schatten bist. Okay. Das fängt ja schon mal super an. Hallo? Natürlich verschlossen. Was denn auch? Was denn sonst? Kannst du irgendeinen damit killen oder so? Gehen die wohl hin? Sucht ihr mich? Muss hier weg. Automatisch speichern ist schon mal gut. Hm, hm. Ich will hier weg. Oh, oh. Da sieht mich irgendwo einer. Da sieht mich irgendwo einer. Da ist die, die. Was wartet ihr, Leute? Ich bin hier oben. Ich weiß nicht, wo lang. Oh Gott, ich glaube, die haben mich gesehen. Ich muss mich beeilen. Milipack ist immer gut, aber ich denke, ich bin bei voller Gesundheit. Wartet ab, wenn ich eine Waffe habe. Dann geht's los. Dann drehe ich den Spieß um. Ach, da lang. Scheiße. Die scheinen aber auf irgendwas zu schießen noch, oder? Natürlich verschlossen. Ist hier irgendwas? Kriegst du die Handschellen hier irgendwo los? Oh, ah, Fesseln öffnen. Sehr gut. Eis. Jetzt geht die Action erst richtig los. Meine Pistole, sehr gut. Fesseln öffnen, steht immer noch da. Okay. Ich habe aber keine. Ach, so kann ich schlagen. Und dann einfach so schießen, dann, oder was? Okay, abfeuern. Das sehen wir ja gleich. Ich denke mal, dass ich da lang muss. Okay. Ja, es erinnert schon tatsächlich an vier, so ein bisschen, wenn ihr das Spiel noch kennt. Natürlich verschlossen. Was dann auch? Was denn sonst? Ich denke mal, dass ich da hoch muss. Also, wenn die ganze Muni verschießen. Ich bin es eigentlich gewöhnt, auf rechts zu zieren. Okay. Ah, rutschen. Wie rutscht man? Hat er doch eben gerade angezeigt, ne? So, rennen. Nee. Ah, so rutsche ich. Und ich habe den gleich mitgenommen. Ich werde, glaube ich, weniger rutschen. Weil es... ...brescht mir die Finger. Mit den zwei Tasten. So, Leute, wo lang? Hier runter. So, wo seid ihr? Ich nehme euch alle mit, wenn es sein muss. Das ist eine blöde Taste. Die müsste ich vielleicht auf C legen oder so. Ich habe eine Taschenlampe. Ja, es ist nichts hier. Okay, bleib hinter den Anführungen. Ja, ich verstehe das. Okay. Weg dich laut los. Das ist auch schon eine Knarre, Leute. Mit den onehitten irgendwie. Ich kann als menschliche Schutzschild benutzen. Cool. Ah, wir töten ihn einfach mal. Okay. Einfach mal so das Genick gebrochen. Sehr gut. Oh, ich bin unsichtbar. Ich war kurz unsichtbar. Wie geil. Ein bisschen mehr Sneaky Peaky machen. Oh, oh. So habe ich schon einen Fehler, oder? Das macht ja voll Laune, ey. Das macht ja richtig Laune. Jetzt bräuchte ich noch die Skills dazu und dann wäre das doch gut, oder? Darf ich um einen Kreis? Nee. Gelbe Tür heißt offen. So, jetzt bin ich drin. Oh, es geht eben die Puste aus. Oh, die schießen. Oh. Wie geil ist das mit Zeitrufe, ey. Ui. Oh, da hat eine Waffe fallen gelassen. Oh, Popos ist leer. Ist das geil, das wird ja richtig Spock, irgendwie. Ich habe lange nicht mehr in so einem Shooter gespielt, ey. Was willst du, Junge? Das ist wirklich vier. Vier Remake, irgendwie. Okay. Eindeutig brutal. Eindeutig zu brutal. Ah, schon wieder, muss ich mir jetzt schon wieder die Knochen brechen, um da durchzurutschen. Oh, ist das dumm mit der Taste. Oh, so. Mit Sicherheit waren einige Leute da, die das schon umgestellt haben, weil das so, oh la la. Was haben wir denn da? Nein, ich will nicht unsichtbar werden. Oh, Mama. Das hättet ihr in den Stahl lassen sollen. Okay. Okay. Oh, Mama. Oh, Mama. Oh, Mama. Oh, Mama. Oh, Mama. total hammer echt gut gemacht echt gut gemacht da dde 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 oh nein und slow motion war weg die slow motion ist weg Alter, das hat ein Schild, der Depp. Oh, tut mir leid. Rät da noch irgendwo einer. Ja, das ist mein Rennen. Boah, wie die Waffe voller Blut ist, ey. Was, einfach nur. Hammer, Hammer, Hammer. Lauf ich umkreis oder lauf ich zurück gerade wieder? Ne. Ich weiß es nicht. Geht's da weiter? Also 40 durch, mal so ein bisschen Wut ablassen. Sechs Schuss haben wir noch. Oh. Oh, ich hab den mitgenommen. Upsi. Oh, jetzt geht's aber los. Was für eine Unsichtbarkeit, äh, unsichtbar machen. So im Tarn-Modus ist cool. Oh. Hat er sich selbst rumgewacht? Oh, nee. Oder ich krieg ein Schwert. Das ist ja mega. Oh. Da hat er Ehre gehabt, vielleicht. Oh, was ist denn das? CF. Ey, ich will das Schwert haben, Kollege. Ey, gib mir das Schwert. Ich hätt gerne ein Schwert gehabt. Guten Tag. Ja, ich hab Zeit. Ihr könnt ruhig hier zu Ende schießen. Was jetzt so cool wäre, wäre die Nagelpistole, ey. Da hätte ich jetzt voll Bock drauf, die an die Wand zu nageln, irgendwie. Okay. Hier wird sich nicht bewegt. Oh. Ey, ich bleib bei der Schotty. Haben wir hier noch irgendwas? Nö. Ist wir da irgendwo dran? Nein. Die ganzen Leichen mit. So. Das war ein Fehler, mich rauszulassen, Leute. Das war wirklich ein Fehler, mich gehen zu lassen. Kann man auch Kanaden schmeißen? Oh, mein Gott! Na, wo seid ihr hin? Wo seid ihr? Ah, guck guck. Oh, schon haben die... ...eine weggeworzt, eben. Nein. Nein. Hmm. Der blutet. Okay, ich denke mal, wir müssen hier in den Aufzug. Oder nicht? Voriges Ziel. Ja, hier hin. Ah. Verwenden. So, wir warten jetzt bestimmt alle auf uns. Aber ich muss schon sagen, das hat schon so viel Feelings, also richtig fett. Okay, ich mach gleich die Zeit, wir waren. Ich spring einfach über euch. Irgendwie. So ging's auch. Ich wär ja gerne durchgerutscht, aber... Ey! Nicht aufstehen, Leute! Das geht mal gar nicht. Ich kann nur springen, weil Rutschen so doof ist. Boah. Vergänzt jetzt. Es hat ja bestimmt Schmerzen gehabt. So. Weiter geht's. Ich müsste die Rutschtaste woanders verlegen, dann könnte ich hier besser... Oh, waren das Granaten. G, oder? Ja. Nicht schlecht. Ja, jetzt sagst du mir, dass ich auf G schmeißen soll. Oh, Schalldämpfer. Geil. Okay, die sind da hinten. Dann sneaker ich mich mal kurz. Oh. Okay, war wohl nix mit Sneaken. Wow, Mommy. Bissi, bissi. So. Granate. Bier. Für dich, Booty. Okay, keine Muni mehr. Was ist denn hier los? Schrei für mich. Ich bräuchte mal ein anderer Knarre. Ah, schon wieder Muni. Sehr gut. Ja, auf Wiedersehen. Nichts gibt's. Mach deine Flair aus. So. So. Immer auf die Beine. Immer auf die Beine irgendwie. Es reicht mit dir, Mann. So. So, in die Eier. Ich bräuchte mal hier irgendwie Muni. Hat jemand noch was da? Nehmen wir die hier. Ne, es war... So, die hat mehr Schuss. Biss mit da rein? Ihre Flair ist hier überall. So, Heilung haben wir. Jetzt geht's weiter. Der sieht doch schon cool aus. Also, gefällt mir. Oh, da ist schon wieder die... Oh, Schatty. Wie, ich hab keine... Ey. Juhu. Spring ein bisschen. Zack. Ins Gesicht rein. Ne, 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 ne. Du kriegst mich nicht. Tja. Oder springst du einfach mal rein. Und die Technosik hier. Was haben wir denn hier? Oh, Weihnachten. Geil. Man kann das sogar hier... Anpassen und so. Das ist ja ein cooles Feature. Nein. Ich will die wieder haben. So. Panzerung voll. Alles voll. Bleiben wir dabei. Huch. Oh, oh. Die scheinen ein bisschen stärker zu sein. Das kommt ja rüber. Wow. Ich sehe keine Muni mehr. Oh, wie die Kugel an mir vorbeigezischt ist. Ich sehe nicht viel, aber ich streppe. So. War da noch einer. Was habe ich gehört? Naja. Hat er Glück gehabt, der Kerl. Oh, das geht voll ab. Was ist denn mit dir? Hilfst du mir? Mit Sicherheit hilft er mir. Benutzer identifiziert Proband 106. Geheime Einrichtung Nummer 14. Horizon Corporation. Zugriff auf Benutzerer Erinnerung. Oh ja. Upload live. Datenbank Terminierung von Proband. Hm. Hm. Da wollte mich wohl jemand tot sehen. Ich komme mir vor, wie bei John Wick ständig auf der Flucht irgendwie. Guten Tag. Au. Also mit der Tür ins Haus gefallen. Jawoll. Granaten. Granaten nehme ich gerne. So. Den habe ich gegeben. Du bleibst schön liegen. War besser für dich. Das war gut eben. Frisch rausgekommen. Frisch geschlüpft. Das war mal echt fies. was ich gemacht habe. Nächste. Auf die Beine. Auf die Beine. Ich spring. In die Drax rein mit dir. So. Noch ein Aufzug. Oh. So. Ich bin unsichtbar. 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 Oh yeah baby. Da krieg ich noch ein Geschenk. Los. Nix gibt's. Frisch. Nix gibt es. Nein. 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 Ich bin ein Psychopath. Oh, der hat mich nicht gehört. So. So. Sie scheint sehr böse zu. Nein. Mein letzter. Das war meine letzte Kanade. Toll. Ja. Jetzt bin ich da ausgeschlossen. Ich bin mir da ausgeschlossen. Ja. Was mache ich denn da? Nein. Nein. Nix gibt's. Nix gibt's. Boah. Geht das ab, Alter. Boah. Geht das ab, Alter. Geht das ab, Alter. Oh, da ist ein Juggernaut dabei. Hilfe. Auf Wiedersehen. Ach nö. Nee, kein Schuss mehr. Wie, der lebt noch. Was hat denn der gefrühstückt, Mann? Oh, da hat eine Gasverschämung drauf. Da springt mir das Rest und ich da drauf schießt. Jawohl. Jawohl. Super. Sehr gut. Oh, tschüss. So, jetzt habt ihr den Salat. Sehr gut. Cash, da ist Geld. So, jetzt sind wir frei. Sehr gut. Drehpang. Drehpang. Boah, fasziniert einfach nur. Für ein paar, ich weiß gar nicht, wie toll war das jetzt? Ein paar 20 oder 30? Kannst du echt nichts sagen. Geballte Ladung hast du da. Drehpang. Drehpang. So, jetzt wird bestimmt nur geschnackelt, oder? Oder auch nicht. Immer den roten Hebel ziehen, das habe ich gelernt. Die haben mich hier einfach abgesetzt, dass ich hier irgendwas mache für die. Okay, das ist verschlossen. Hallo. Erscheinungsbild anpassen, ach was. Stahlgrau. Stahlgrau. Schwarz. Äh, schwarz. Ast. Genau. We have a mission ready for you. A raid on a horizon facility. Similar to the one you escaped from. Kampf Simulator. Ah, ja. Aha. Äh, ja, construction. Machen wir mal auf schwer, oder? Ne, normal. Okay. Also macht man jetzt hier so, ist das jetzt ein wellenbasiertes Game? Hat das keine tiefgründige Story mehr, oder? Okay, ich muss jetzt erstmal hier, bevor ich irgendwas machen kann, hier erstmal die Typen kalt machen, die jetzt kommen, oder was? Okay. Dann machen wir die Welle noch mit. Oh, oh, bitch! Niko! 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 Ihr wird nicht weggerangen. Das geht mal gar nicht. Keine Eier. Jetzt hat er keine mehr. Voll im Fluch, ey. Geil. Gefällt mir. Das war's schon. Na, Schuh. Noch zu wenig Geld. Tutsch, weg mit dir. Okay, da hat er geckert. In die Knie, in die Knie, in die Knie. Warte mal, ich kann euch hier ne Wache nehmen. Was sagt ihr, ähm, den Dampf ablassen oder zwischendurch, mega. Mega, gefällt mir richtig gut. Ja, Maschinenpistole habe ich ja jetzt. Oh, Blendgranate, die kann ich schon mal ausprobieren. Die hatten wir noch gar nicht gehabt, Leute. Das ist echt cool, ne? Oh, Granate. Bist vielleicht ein Assi. Klatsch. So kann man die noch nicht kaufen. Und da rein zur Zwischigkeit nochmal. Zensiert. Okay. Panzerungen haben wir noch genug. Tomhugs. Tomhugs. Will Tomhugs haben, hallo? Was? Wenn nicht vier von zwanzig? Wollen die mich... So lange waren wir aber nett, Leute. Wenn uns waren zu schwellen jetzt. Jeder hat's überlebt. Der auch? Ich dachte, der hätte ein Handy gegriffen von mir. Ich bin so fassungslos. Ich finde, das ist echt geiles Game. Das war's, Leute. Zurück zum Safe-House. Also hat das Game doch ne... Nein! Also hat das Game doch anscheinend doch eine tiefgründige Story irgendwie. In dem ich jetzt... Jetzt muss ich schon irgendwo hingehen. Und wir dann den Auftrag abholen. Nehme ich schon mal an. Hier oben. Auftrag wählen. Panthora-Institut. Ah, da gibt's mehrere Missionen. Mit Nebenmissionen auch noch. Okay. Hm. Sieht ja auch cool aus. Die Einrichtung. Ja gut, Leute. Was soll ich dazu noch sagen? Kauft's euch. Also... Kauft's euch. Also es ist echt gutes Spiel. Wie gesagt, ähm... Ihr habt ja jetzt einen Eindruck drauf. Also ihr könnt's euch kaufen oder ihr könnt's auch lassen. Und ja... In diesem Sinne, euer D4Dano. Schön, dass ihr reingeschaut habt. Und... Immer schönartig bleiben, Leute. Wiedersehen. Tschüss.